und damit herzlich willkommen zurück zu freitag der dreizehnte mit den üblichen verdächtigen und diesmal ist Dalu der killer seltener anblick aber das ist doch ganz ist das mein liebes Flöckelein? Nein, ach nö Hallo? Ist das der Dome Kapuzenwurm? Nein, der ist ne Mann! Der Kapuzenwurm wollte in den Boden gesteckt werden, ne? Nein, das war die Juli, die dich beleidigt hat Ich muss mal hier die Türen öffnen Fucking hell! Bitte nicht, Carlo! Ich würde den Mörder nicht verärgern! Da, also da, oh boah! Leute, ganz im Osten, ganz im Osten so was wichtig ist, der wäre sonst nie hergekommen Wie richtig, absolut! Im Osten hört mich einer Der Dalu ist ein guter Mörder, oh, aber da wird er mich doch sicherlich verschonen, ha? Ich finde, Dalu ist ein Teufelskerl, so ein guter Dunfist ist der Ja, das ist richtig, oder? Also, wirklich, den finde ich... Alex, wie findest du den? Der ist voll fies, ne? Krasser Dude, ja, wir haben mal gesehen Ein fieser Dude Die im Osten, glaube ich, disagreeen mit uns, die würde ich mal jagen gehen Ah, ist weg Siehste, da muss ich nur loben und da geht das schon Wir hätten Doomfist ansprechen müssen Ja, Herr Doomfist, machen Sie denn hier? Das machen wir als nächstes Ja, ja, machen wir das, das ist eine gute Idee Das ist ja so lustig Äh, gehen wir ins andere Haus Da ist übrigens das Auto, ja? Im Norden? Ne, da, bei uns ist das Auto Aber im Osten muss irgendwas wichtiges gewesen sein, sonst wäre ich da angekommen Wir haben wahrscheinlich nur... Du hast ja gesagt, der soll in Norden gehen Ne, Osten waren wir Und da ist jetzt... Das ist okay Geh wir da rein Mach die Tür zu Haben wir schon irgendwas fürs Auto? Ja, Schlüssel, hab ich Okay Hier ist noch ein Funkgerät Hier ist noch ein Funkgerät Hört mich jemand? Ja Ähm Maru und Volker hier am Stüssel, wir haben die Fuse Hast du auch ein Funkgerät, Alex? Ja Günni, wir haben ein Auto, komm zu mir Günni, sag mal an Günni, sag mal an Nein, ich kann nicht grad nicht, der Killer ist hier Okay, okay Äh, Alex waren wir bei dem anderen Haus auch? Schon nein, gell? Ich hab keine Ahnung, wo wir waren, scheiße In der Linke waren wir noch nicht, wir waren gleich im Rechten Gehen wir noch ins Linke ran Ja Ne, da Hm Flogge, Flogge Ja Liebespaar 1 an, Liebespaar 2 Liebespaar 2 Hallo Oho Hehehe Oh nein, der Günni wird gefressen Der ist bei mir, rennt weg Gefressen? Nein Ich stell dir mal vor, ein neuer Todesmügel Hier ist noch ne Map Wir brauchen ne Batterie Wir haben nix Der ist wirklich nix Was denn das für ein scheiß Raum? Ich hab auch keine Map, wo geh mal hin? Hier ist ne Map, komm her Also hinten, geh nach hinten und dann Also hier so Ja, hinten Ah ja So, wo geh mal hin, Alex? Da wo das Auto ist, wenn ihr da die Straße runterläuft Richtung Oh Können sie bitte die Tür auf Ist das der Doomfist? Ist das der Doomfist? Der Pro-Fist? Der Pro-Fist? Der Pro-Fist? Der Pro-Fist? Der Pro-Fist? Einmal hau ich dich Ey, was soll das denn? Nicht mich Herr Doomfist, das tut weh Nein, 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 nein Das tut weh Nicht den Nicht den guten Lieber Alex Ich glaube Du und Hallo Die anderen mögen den Doomfist gar nicht Ich find den super Toller Charakter Herr Doomfist Andere Richtung müssen sie laufen Herr Doomfist Also Wenn du die Oh Er sagt nur so Hilfe Leg die Waffe weg Leg die Waffe weg Leg die Waffe weg Die Waffe legst du weg, oder? Ein Messer? Ein Messer? Hast du... Ein Messer? War das gemessen? War das ein Messer? Herr Doomfist Ich hab das nicht so gedacht Aua Herr Doomfist Hier liegt eine Waffe Irgendwas von ihnen Ich hab die Waffen verfallen gelassen Übrigens Er ist weg Herr Doomfist Herr Doomfist Herr Doomfist Herr Doomfist Aua Es tut mir leid Ab in den Boden heute Herr Doomfist Alex Es geht los Nein 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 Ich hab die Waffe Ich leg den mal auf den Schlüssel Damit der Wenn du hebst den Schlüssel auf Ah, den Schlüssel gesehen? Scheiße Gut, da hat er uns Was ist denn hier jetzt passend? Neee Mann, Mann, Mann Neee Ich bin noch nicht fertig mit den Nulln Ey, ist das... Wer ist der da? Wer ist der dem roten Pulli? Mit dem Namen? Wenn ich jetzt keinen Namen Freezy Friesi ist da in dem grünen Marius Friesi, das hat ja nicht gemacht Friesi Könnten Sie mal aufhören Lassen Sie das mal eben Hey, ich bin beschäftigt Gehen Sie doch mal weg Was, Juni, jetzt lass die Materien los Gehen Sie doch mal weg vor allem Toll, jetzt kommt die Polizei Das ist jetzt eure Schuld Jetzt bin ich sauer Jetzt bin ich sauer, Juli Oh nö, nicht auf mich Jetzt gibt's eine Star Boah, ich hab Angst vor mir Lauft Er kommt gleich wieder aus der Arsche Friesi, mach dat Jetzt ist gut, jetzt reicht's Jetzt wird um Arsch Jetzt gibt's Ärger Guck mal, er hat mich gesehen So süß Wenn du jetzt in Top sindst, ne? Oh, ich komm wieder eins Super, ey Wie so nenn ich, ey? Ach, komm schon Da, Luka Okay, ich geh einfach hin Du wolltest doch den Schwatten mit der roten Jacke, oder? Hallo? Alex Ja, ich bin Wo war der schluss? Wo war der schluss? Wo war der schluss? Alex Ja, den hat er versteckt Ich hab ihn nicht gefunden Er kann den aufhören als Killer? Nee, er hat den unter meiner Leiche versteckt Er kommt her, er kommt her, er kommt her Was, echt? Herr Doomfist, ich hab gehört, hier gibt's ein Problem mit Was ist das mit Herr Doomfist? Kaputzer Ich bin nicht da Ich bin nicht da Ich bin nicht da Lass mir das, Alex, lass sein Ich schieße Nein, es geht nicht Ich schieße mal Ich hab geschossen Ich geh denn drauf Was ist das denn? Ich bin ein wunderschöner Schwetterling, Alex Ich bin ein wunderschöner Schwetterling Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Nein, noch einer gestorben Oh, Scheiße Nein Oh, ich hab geschossen, es hat nicht geholfen Ah, Bogen Wer kommt da? Äh Hey Flosse Hier ist noch eine Flair für dich Ja, ich komm Ich bin unterwegs Und ich hab zwei Cracker, weil es hat uns angreift Also wir können vielleicht abholen Oh, lecker Achso Sehst du die Flair? Ja Wir verstecken uns Also, da ich die Polizei rechts gerufen habe an der Brücke Ich muss noch regenerieren Okay, wir warten mal kurz Hallo Hallo Ist da Lauf, lauf, lauf Äh? Was ist das denn hier? Disco, Disco, Party, Party Ja, er ist hier bei uns Ich bin hier so ganz rechts alleine Ich hasse diese Türen, ey Herr Dumfes Ich hab meine Rechnung doch bezahlt Achso, du hast das Gewehr gar nicht mehr Ne, ich hab geschossen, als du Kapuze rausgeholt hast Wo ist denn der andere? Ganz da, wo Flocker auch war Wie lang und auch bis zur Polizei? Äh, 40 Sekunden Okay, wo genau ist er? In die Richtung wo ich jetzt gucke, da so Okay, und wie weit? 100 Meter Maru, renn Ich hab ihn ein bisschen weggelockt Glaub ich Maru? Maru? Achja Scheiss Das ist auf der anderen Seite übrigens Haihaha Ich bei Alex Nöööö Jaja Der kommt hier nicht Keine Sorge Du Ries komisch, geh weg so dann laufen meine runde ok ich schauke einfach auf der straße lang hallo ich hab oh da hinten läuft was ok hast du noch einen? hast du noch einen? willst du kämpfen? guck dir mal meinen skill an wie ich hier ausweichen kann guck mal ich kann mich im kreis drehen nun nicht oh lau Forrest Alex? ja hier ist eine Abbiegung nach links nein wie ging das denn so schnell? das war echt glücklich hallo du lässt die Waffe liegen ja welche? du lässt die ich hab gesagt ich hab dich extra losgedacht oh shit so da hab ich aber Glück gehabt ja why won't you put them? oh god no come on oh alter nein nein oh die oh 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 er hat den gefauchen ja nach dem verräter Alex meine politik verraten hat ging das ja auch nicht mehr Tommy Jarvis so das war's wieder mit Freitag 13 dann guckt mal bei den anderen vorbei da alle bei der Killer wie gesagt ja viel spaß beim nächsten Mal wir sehen uns wie immer gehabt und so weiter und so fort tschüss wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020